Dem lebendigen Geist. Das prangt über der Universität Heidelberg. Lebendigkeit. Die entsteht im gemeinsamen Gespräch. Senioren plaudern in Cafés, Studierende in der Mensa. Man bleibt gerne unter sich. Einen richtigen Austausch zwischen Jung und Alt scheint es nicht zu geben. Hier will der Arbeitskreis Weisheit der Zeitzeugen eine Brücke schlagen. Am Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg diskutieren Studierende und Senioren gemeinsam Fragen rund um das Leben. Was ist das gute Leben? Was macht das Menschsein aus? Die Mitbegründerin des Arbeitskreises, Frau Dr. Ehret, leitet die Gespräche an. Oder wir sollten eine generative Gesellschaft haben, in der alle Lebensalter voneinander profitieren. Und im Wissen und in der Erfahrung von sehr alten Menschen liegt ein großer Schatz, den junge Menschen für ihre Entwicklung nutzen könnten. Gisela Appenzeller und Julian Panther sind beide alte Hasen in der Runde. Die 85-Jährige schätzt die gemeinsamen Gespräche. Denn sie können viel weitergeben und auch für sich selbst mitnehmen. Ich selber, ich möchte gern vermitteln, dass es auch Spaß machen kann und auch interessant ist, sich mit Älteren zu unterhalten, die eine ganz andere Lebenserfahrung haben, aber auch eine ganz andere Ruhe in der Vermittlung. Junge Leute reagieren doch oft emotional und im Alter ist da eine gewisse Gelassenheit, die sich auch in der Diskussion sehr positiv äußert. Junge Leute wie Julian Panther. Er studiert Philosophie an der Universität Heidelberg. Was ihn besonders reizt? Hier gibt es keinen oberflächlichen Kaffeeklatsch. Tiefe Gespräche regen zum Nachdenken an. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja, beide können profitieren. Also die Älteren hinzuziehen, ihre Erkenntnisse nutzen, ihre Weisheit sozusagen auch an Jüngere mitteilen. Und der Austausch von Jüngeren an neue Technologien spricht, dass alte Leute nicht komplett abgehängt werden. Auch wenn die Teller inzwischen leer sind, Jung und Alt könnten noch ewig miteinander sprechen und voneinander lernen. Viele wendiger, als es jedes Buch vermitteln könnte. Einen Arbeitskreis findet man nicht überall. Der Wunsch von allen, mehr Dialog zwischen Jung und Alt, auch abseits des Arbeitskreises. Und der Wunsch von allen, mehr Dialog zwischen Jung und Alt, auch abseits des Arbeitskreises.